Ohne ein Moinzen zu, also für mich heute eine Geburtstagsaufnahme, aber für euch nicht, weil es erst morgen kommt, das Video, aber wieder so so einen schönen Dreierpack, klassischer Dreierpack, einfach immer, ja passiert immer wieder, wenn ich halt nicht in Ansbach bin, nach Hause pendel, dann ist da oft einfach weniger Zeit, ganz logisch und auch völlig in Ordnung so, deswegen heute VfB-News, ein Part jetzt zuerst, danach Vorbericht für Augsburg und zum Schluss dann noch die Tipps für den Spieltag, das haben wir vorbereitet auch für den Freitag, Video kommt, ja, irgendwann im Laufe von Donnerstag, weiß nicht genau, wann ich es hochladen, mach es jetzt hier gerade Mittwochabend, Mittwochnacht, wie auch immer und legen mal im ersten Schritt los mit den VfB-News, wir machen erstmal ein paar, ja, ein bisschen Zugangsgerüchte, sag ich mal, danach machen wir ein bisschen Abgangsgerüchte, ist jetzt kein Zugang, aber vielleicht eine Möglichkeit, um einen zu halten, nämlich Nico Willig, auch schon wieder länger her, haben sich ein bisschen was angesagt, an News ist ja auch mal klar, dass Freiburg 2, das war ja ein großes Gerücht, zu dem Verein könnte Willig gehen vielleicht, die haben mit ihrem U23-Trainer verlängert, heißt da ist erstmal kein Posten frei im Sommer, mal gucken, wie es mit Willig dann weitergeht, Geilaburgie ablösefrei, da hieß es ja auch schon teilweise, dass wir den im Sommer sicher holen, jetzt heißt er ja auch wieder, oder hat Wolfsburg zumindest offiziell bestätigt, jo, er geht im Sommer ablösefrei, allerdings muss ich sagen, Labbadia ist ja nicht mehr da, das war ja der große Verfechter für Geilaburgie, also außer man hat sich da jetzt schon irgendwie reingeschrieben, dass er im Sommer kommt, man kann sich nicht mehr dagegen tun, aber sonst, ich glaube, wenn das so klar wäre, dass er im Sommer kommt, dann werden die Gerüchte auch noch ein bisschen klarer geworden, deswegen, ich glaube, mit der Entlassung von Labbadia ist auch das Thema Geilaburgie normalerweise vorbei bei uns. Reichhardt verlängert, Leon Reichhardt, bleibt beim VfB, 19 Spieler, später bekommen in den Saison für die U21, großes Talent und Nationalspieler, einer aus dieser starken Generation, sage ich einfach mal, U17, U19-Ecke, sehr interessant bei ihm auch, er ist ein linker Verteidiger, das ist auch eine Position, die nicht so oft hochkommt, so vom Gefühl her zumindest, klar, das wird es im Sommer kein Zusatzersatz, das ist auch ganz klar, aber vielleicht auf die Zukunft gesehen, mal wieder selber irgendwie den Außenverteidiger hochzubringen, klingt für mich schon mal nicht verkehrt, braunöder Gerücht gibt es hier, scheinbar haben wir mit einem Austria-Wien-Spieler zu tun oder Interesse an dem, auch andere Bundesligisten Interesse an ihm, 2-3 Millionen Mittelfeldspieler Box-to-Box, von dem her, interessantes Ding, wurde Fußball des Jahres von der Krone, gab es scheinbar Gespräche mit uns und ich bin nicht drin in der österreichischen Liga oder im österreichischen Fußball, wie auch immer, bin ich überhaupt nicht drin, aber von dem, was man so mitbekommt, wie das aufgenommen wurde, das Gerücht, waren sehr, sehr viele sehr, sehr gehypt darauf, also wäre es sicher kein verkehrter Neuzugang und im Sommer kann ja gut sein, dass du was machen musst oder machen kannst dann auch im Mittelfeld. Das ist was Interessantes, jetzt hier, Matej Makliza, haben wir abgegeben, Leihbasis, ja auch in die Schweiz zu St. Gallen, hat glaube ich auch mal irgendwie ein paar Kurzeinsätze bekommen mal, kann mich halt irgend so eine wilde Aktion erinnern, wo er Matarazzo den kurz vor Schluss gegen Bielefeld zu Hause reingeworfen hat, so auf Van Beutenhoffnung, sogar letzter langer Ball, vielleicht köpft er nochmal einen rein mit seiner Größe, spielt bei St. Gallen, spielt auch eine gute Saison, wie gesagt 1,98 groß, 750.000er Marktwert aktuell und da haben wir für den Sommer jetzt scheinbar eine Rückkaufoption. Also ich glaube, St. Gallen hat auch selber eine Option, den zu holen, aber wenn wir quasi davor kommen, dann könnte er auch bleiben oder könnte man quasi zurückholen. Rückkaufoption haben wir und die ist scheinbar auch nicht wirklich teuer, also 450.000, spielt eine gute Saison in der Schweiz, kann ich auch nicht bewerten, wie gut der diese Saison da spielt und wie hoch das zu hängen ist, auch in der Schweizer Liga, aber wenn du im Sommer mal überlegst, du hast immer Gefahr, dass ein Ito geht, du hast Gefahr, dass ein Mafropanos geht, du hast Gefahr, dass ein Sosa geht, um mal in der Abwehr drin zu bleiben, dann noch insgesamt ist auch ein Linksfuß und könnte auch linker Verteidiger spielen als Nebenposition. Witzigerweise schreibt auch transferback.de, sehe ich gerade erst, auch eine Nebenposition Mittelstürmer rein, vielleicht echt wegen dieser Einwechslung da vorne rein unter Materazzo, aber definitiv ein interessantes Ding und vielleicht auch für Kaderspieler, weil Adonis gab es schon die Gerüchte oder News dazu, dass der am Sommer sicher geht, ablösefrei, ob das ein 1 zu 1 Ito oder 1 zu 1 Mafropanos Ersatz wäre, mag ich mal zu bezweifeln, aber definitiv keine schlechte Idee, wie gesagt, 450.000 scheinbar, gefühlt geschenkt, so eine Summe, deswegen, wenn sie Rückkaufoptionen ziehen im Sommer, um noch mehr Optionen in der Verteidigung zu haben, klingt das erstmal nicht verkehrt. Auch schön klingt erstmal, Silas bleibt, auch im Abstiegsfall, das hat zumindest Sky berichtet, dass er ja einfach so dermaßen sich mit dem VfB wohlfühlt, sich identifiziert und in der zweiten Liga würde sich das Gehalt um rund die Hälfte reduzieren, das scheint dann auch für ihn okay zu sein, er würde mit runtergehen, wäre auch weiterhin bezahlbar, also schon mal eine schöne Aktion. Es gibt so zwei Ecken, einerseits, ey geil, ist auch völlig schön die Aktion, weil wir standen hinter ihm bei der Namensgeschichte, lange Verletzungen, durchaus ein Fanliebling. Dann eben auch die Seite, er performt nicht so wirklich, also seit dieser Verletzung im April, Mai 2021 war das, kam er nicht mehr so richtig auf die Beine, so ein, zwei gute Spieler wieder dabei, oder ein, zwei so, ja, Spieler halt dabei, wie Bochum zu Hause zum Beispiel, wo es halt richtig gut lief, aber nicht konstant und jetzt ob er eher von der Bank kommend, deswegen da ist auch die Frage, gäbe es jemanden im Sommer, wo man Angst haben müsste, dass da irgendwer die Kohle ausgeht, wenn wir denn absteigen würden oder auch wenn wir drinbleiben, dass jemand den holt. Also ich glaube schon, dass es generell welche gibt, die, ja, zweitig ist in Ostengland, irgendwelche, ja, Aufsteiger in England, Frankreich, Liga, kann ich mir schon vorstellen, dass es ein paar Leute geben würde, ein paar Vereine geben würde, die einfach wegen dem Tempo und diesen guten Saisons, Haus, die er schon hatte oder vor allem die eine gute Saison, die er hatte, schon auch ein bisschen Geld hinlegen würde auf den Tisch, aber erstmal nehme ich es so hin, auch wenn die Fußballwelt ja oft anders ist, aber erstmal nehme ich es als schönes Zeichen hin, dass so jemand wie Silas auch bei Abstieg laut Sky bleiben möchte. Seru Gerasi ist einer, wo es eher andersrum ist, also er kann es sich auch vorstellen, ist auch die News zu ihm, aber andersrum im Sinne von, ich glaube jeder VfB-Fan will, dass wir diesen Mann halten, dass wir diesen Mann halten. Sky bestätigt nochmal, Kaufoption 9 Millionen, ähm, Gerasi kann sich bei Klassenerhalt vorstellen, dass er bleibt, will aber ein bisschen mehr Gehalt haben, die ersten Gespräche gibt's, Sky sagt, dass es keinen Anschlussvertrag gab, also normalerweise handelt man wohl einfach, wenn man sagt, ey, leihe Kaufoption, dann handelt man direkt schon mal einen Vertrag aus, falls der Verein die Kaufoption zieht und er danach, ja, vertraglich an einem Verein gebunden ist, ne. Das ist scheinbar nicht passiert laut Sky. Ricky Palm allerdings hat gesagt, dass ein fertiger Anschlussvertrag seit Oktober in der Schublade liegt, quasi, ähm, noch von ein bisschen Tat ausgehandelt das Ding, also ist die Frage, ob der Bestand hat, ob er Sky recht hat, ob er Ricky Palm recht hat, ähm, ich denke, das soll jetzt auch keine Hürde sein, also wenn wir den im Sommer halten können für die 9 Millionen erstmal für das Geld, dann wird man dem auch einen gescheiten Vertrag hinlegen können, hoffentlich, natürlich auch bei, bei Klassenerhalt, bei Abstieg ist das Thema vermutlich sowieso, mehr damit er vom Tisch, auch von den, ja, von der Erwartungshaltung, glaube ich, von einem Gerasi, wo er sich nach der Saison sieht. Und dann gehen wir mal so ein bisschen in Abgänge. Drei aussortiert, habe ich den Überpunkt mal genannt, weil die Bild was geschrieben gehabt, ähm, dass der Kader ausgedünnt wird, ähm, und eben Aydonis, Kool und Bayas zum VfB2 verfrachtet wurden erstmals, ähm, ja, weil für Hoeneß der Trainingsplatz zu voll war. Ja, muss ich glaube auch nicht großartig viel mehr sagen, weil die haben eh nicht mehr groß eine Rolle bei uns, ne, Bayas überhaupt nicht. Aydonis geht im Sommer ablösefrei, Koola hat auch keine große Rolle, deswegen auch nicht die dicke News, deswegen hier am Anfang. Talent zu den Bayern, ähm, Maximilian Wagner, Sturmtalent vom VfB, ähm, wechsel zu den Bayern, wechsel zu Bayern 2 im Sommer, Mittelstürmer, kann auch Außen spielen, Jugendnationalspieler, größte Waffe, die Schnelligkeit, berichtet hier einer, ähm, ja, auch der beste Torschütze beim VfB, ähm, in der U19, geht zu den Bayern, das auch ablösefrei, weil Vertrag läuft aus im Sommer, wenn es hier bei transfermarkt.de richtig drinsteht und da muss man sagen, ja, klar, ist ein Riesentalent, dies, das, ähm, aber mal gucken, wie weit der Kollege das dann schafft, weil wir haben es ja schon mal gesehen, äh, wie es laufen kann mit Leon Dayaku, der auch damals von U19 zu den Bayern ist, ähm, und da jetzt dann irgendwie rumgeguckt ist, ne, Union, Sunderland, jetzt nach St. Gallen ausgeliehen, ja, manchmal kommt der Schritt zu den Bayern einfach auch zu früh, mal gucken, wie es bei Wagner aussehen wird, Koulibaly-Verlängerung ist noch so ein Thema, was ich so ein bisschen jetzt hier auch, ne, in die Abgangskategorie eingesetzt habe, weil Sky berichtet, dass der Vertrag, dass eine Verlängerung sehr unwahrscheinlich ist, läuft der Vertrag aus am Ende des, äh, ja, dieser Saison, im Sommer, ähm, konnte die Erwartungen in den letzten Jahren nicht erfüllen, Zeichen stehen auf Trennung, Kicker, ähm, ja, berichtet Ähnliches, ähm, ich muss auch sagen, es, da gab es auch ein bisschen Torwabuhu drumherum, weil er jetzt halt wirklich mal wieder ein, zwei gute Einwechslungen hatte, aber der Kollege ist seit 2019 da, Sommer 2019, ich glaube, der kam da auch gefühlt als Zwölfjähriger, ne, also das ist auch wieder richtig, dass er seine Anlaufzeit braucht, ne, immer noch jung ist der Kollege, ähm, aber hat nie wirklich eine Rolle gespielt, so 20, 21, ja, wo es ein bisschen besser lief, Silas auch besser lief, generell alles top lief nach dem Aufstieg, aber sonst seit er halt wirklich quasi keine Rolle gespielt, hat jetzt mal wieder ein bisschen mehr Gas gegeben, auch unter Badia schon ein bisschen mehr Gas gegeben nach Einwechslung, ist aber auch oft der Fall, dass Spieler eben vor Vertragsende noch mal merken, huh, wenn ich jetzt Gas gebe, vielleicht, ne, kriege ich es doch noch hin, hier einen Vertrag zu verlängern, deswegen ist irgendwie auch keine Garantie, dass es jetzt für immer hilft, so eine Einwechslung wie gegen Dortmund hilft auf jeden Fall, deswegen gleichermaßen auch gesagt, so einen Einwechselspieler in dem Alter, ja, mit der, durch das Alter eben auch die Möglichkeit, sich noch so zu verbessern, kann man eigentlich per se auch mal halten, also ihn jetzt irgendwie ablösefrei ziehen zu lassen, klar, das spielt auch nicht für kein Geld hier, also kostet auch Gehalt, aber ob man dann im Sommer, um ihn zu ersetzen, einen besseren bekommt, bei noch weniger Geld quasi, also für weniger Geld, als ihn einfach zu verlängern, also man muss ja wieder Ablöse zahlen oder irgendwen anders dann ablösefrei mit Handgelten hier und da, ist auch da die Frage, wie man eben im Sommer plant, ob man schon was Besseres in der Hand hat, sonst kann man ihn von mir aus auch grundsätzlich, je nachdem natürlich auch, wie viel Gehalt da will und wie man da zusammenkommt, zusammentrifft, kann man ihn auch grundsätzlich halten, so als Einwechslungspieler, aber eben nur, wenn er es auch bestätigt, bis es das letzte gute Spiel war gegen BVB, im nächsten Spieler wieder gar nichts läuft, dann muss man eben doch am Ende auch sagen, war es einfach insgesamt zu inkonstant. Thiago Tomas, der nächste Vertrag oder Leihvertrag läuft ja auch im Sommer aus, 15 Millionen Kaufoptionen, da berichtet Sky jetzt, glaube ich, nichts Besonderes oder nichts Überraschendes für VfB-Fans, die werden wir nicht ziehen. Die Zeichen stehen auf Trennung, das ist vielleicht nur ein bisschen besonderer, weil man könnte ja schon überlegen, ey, versuch nur nochmal auszuleiten oder vielleicht kriegst du eine billigere Kaufoption irgendwie ausgehandelt, aber dass wir 15 Millionen nicht zahlen, ist ja irgendwo klar und so 100 Prozent durchgesetzt, jetzt bis zum Schluss hat er sich ja auch nicht unbedingt auch eher von der Bank wieder und wenn er von der Bank kam, auch eher eine der schwächereren Einwechslungen gerade, leider, ich fand ihn ja echt geil, gerade die Anfangsphase, wo er kam dann, wo er in der Rückrunde ausgeliehen wurde, ja, aber 15 Millionen neben Leben, vielleicht kann man ihn irgendwie anders halten über noch eine weitere Laie oder so, generell bei all diesen Geschichten musst du ja eh erst mal abwarten, bleibst du drin oder steigst du ab, deswegen, da werden, glaube ich, jetzt im Vorhinein vor Saisonende nicht die größten Entscheidungen fallen, normal, im Normalfall. Mafropanos haben wir auch noch, nur ganz, ganz kurze News noch, weil es hier Plettenberg nochmal kurz dazu geschrieben hatte, bei einem Gerücht, wohin es in Dika ziehen könnte von Frankfurt, scheinbar immer noch ein Hot Topic, ein heißer Kandidat in Frankfurt, Mafropanos, wobei ich da glaube, oder zumindest meiner Hoffnungsvorstellung schon ist, dass da wer anders zuschlägt, also nicht, weil ich jetzt Frankfurt nicht mag, da kann er auch gerne hinwechseln, wenn er will, aber so wie es bei denen gerade läuft, internationales Geschäft schon stark in Gefahr, ob sie sich irgendwo noch qualifizieren können dafür und dazu ist Frankfurt kein Klub, wo ich die Hoffnung reinsetze, dass sie das Geld bezahlen, das ich gerne sehen würde von Mafropanos und das sind 20 Millionen aufwärts und das sehe ich bei Eintracht Frankfurt überhaupt nicht, dass sie das zahlen für Mafropanos. Wir hatten ja glaube ich im Winter mal, hat der Kicker berichtet, irgendwie ein Angebot von glaube ich 22 Millionen irgendwo aus England, deswegen mache ich mir da schon auch berechtigte Hoffnung, dass wir im Sommer schon 20, 25 kriegen könnten für Dinos, von mir aus auch Intermeinert oder sowas, da wird es glaube ich andere Klubs geben als Eintracht Frankfurt, die auch mehr Geld auf den Tisch legen können, damit sich der Verkauf lohnt, weil eigentlich will es natürlich die Kollegen immer halten, die Topspiele, das ist ja auch ganz klar, aber wenn sie gehen, dann bitte auch für angemessenes Geld. Kommt perfekt zum letzten Punkt in Sachen Transfer-News sage ich mal in den VfB-News hier drin, nämlich Karasor. Karasor zu Galatasaray Istanbul ist ein neues Gerücht, dass die im Sommer dran sind, könnten wohl mit Champions League locken dann, 26 Jahre alt ist der Kollege ja noch bis 26 gebunden, also auch noch ein langer Vertrag, da muss man also auch nicht rummachen mit der Ablöse, sondern man kann sagen, ey, der Kollege hat noch drei Jahre Vertrag. Laut der Bild liegt die Schmerzgrenze bei uns im zweistelligen Millionenbereich und da muss ich ganz ehrlich sagen, Karasor hat sich gemacht, ist eigentlich glaube ich auch, oder finde ich auch einer der Gewinner unter Hoeneß bisher in seiner Rolle, macht das besser als davor, gegen Dortmund ein Topspiel abgeliefert und ich mag den eigentlich, so defensiv Mittelfeldspieler, so auf dieser 6er, 8er Rolle macht er seinen Job echt, echt gut, aber es wird, glaube ich, nie ein absoluter, ich meine, mit den Begriffen müssen wir auch, ja, vorsichtig sein, weil wir sind Abschiedskandidat, da kriegen wir den Begriff, den ich gleich sagen werde, einfach nicht, nämlich ein Top-Niveau-Bundesliga, da haben wir die vielleicht mal für ein, zwei Jahre, so, so, sagen wir mal, Fropanos-mäßig, Ito-mäßig, dann sind sie irgendwann weg, ne, deswegen gar kein Diss an Karasor oder so, aber ich glaube, der wird nie dieses Top-Level-Bundesliga werden und ist definitiv ersetzbar, wir haben einige Gerüchte schon zu Mittelfeldspielern, auch zum Beispiel der Braunöder, wobei der ja noch ein bisschen offensivere Rolle hat als Karasor Mittelfeld, aber den könntest du, glaube ich, auf jeden Fall ersetzt bekommen, auch talentmäßig mit ein bisschen weniger Ablöse dann im Sommer und wenn du wirklich von Galataserei 10, 11, 12 Millionen bekommst, dann musst du das eigentlich echt machen bei Karasor, dann musst du das echt machen, bemarktet von ihm gerade nicht genau im Kopf, aber vielleicht bei 4,5 Millionen oder sowas würde ich gerade mal grob schätzen, von dem her, bei der Kohle, wenn das wirklich passiert, dass sie uns zweistellig bieten, kannst du da auch fast nicht Nein sagen, weil ich einfach glaube, dass du den gut ersetzt bekommen könntest und so wie es auch geschrieben wird, Karasor flirtet zurück, also er hat auch durchaus Interesse daran oder scheinbar laut den Berichten Interesse daran, zu Galataserei zu wechseln im Sommer, mal gucken, ob das noch seriöser und enger wird dann für den Sommer. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu Random News hier noch zum Schluss, bevor es dann nachher weitergeht mit dem Vorbericht. Georg Niedermeyer, Legende, Niederstrecker, Legende der Mann, habe ich hier auf Twitter irgendwo mal random gesehen, Überraschungscombeck in Neuseeland, Georg Niedermeyer inzwischen 37, spielt ab sofort für den neuseeländischen Viertligist New Plymouth Rangers AFC, 2019 hatte er als Spieler für Melbourne Victory seine Karriere beendet, absoluter Ehrenmann, kickte Kollege in der vierten Liga in Neuseeland, ich liebe alles daran, grandios. Wagner mal inform, eine aktuelle News von heute Abend auch mal, hat nämlich einen Silverstars bekommen, Wagner hat einen Silverstars bekommen für seine Leistung gegen Dortmund, Tor und Assist bekommen, ich glaube, die FIFA-Zocker kennen Silverstars, zog es mit dem Silberteam, muss irgendwie, glaube ich, drei Siege, acht Scorer, ja genau, acht Tore und sechs Assists machen, genau. Also easy zu erspielen, werde ich mir auch safe erspielen, mal wieder endlich eine VfB-Special gehabt, wir haben ja einiges, die Silas, Natai, Sosa, Gomes kann es auch mit dazusehen, wir haben einiges, jetzt kommt endlich einer dazu, letzten Wochen auch oft gehofft, auf einen Ito zum Beispiel bei Bochum, auf einen Mafropanus ein paar Mal, es kam nie, es kam nie, jetzt kommt da endlich Silverstars, easy zu erspielen, muss nicht mal groß Geld für ausgeben, also Münzen ausgeben im Spiel, schöne Karte bekommen, 91 Tempo, 80 Defensive, 83 Dribbling, 85 Füße, 77 passen, geile Karte, stelle ich hier hinten rein, kann man sich jetzt erzocken, dann so ein bisschen, doof sagt, gegen Werle, sag ich mal, die Kategorie hier, auch nur ganz kurz und knackig, weil die Fans sich auch mal richtig geäußert haben im Spiel, mit einem kleinen Banner, sag ich mal, zwischen Fans und Vereinen, eine immer größere Schere, danke Werle, also eine ganz klare Positionierung und auch er war im Sport im Dritten am Sonntagabend, natürlich wieder vielen kritischen Fragen ausgewichen, kennen wir, aber auch da wieder so ein bisschen nachgetreten, es geht nicht darum, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, aber natürlich hat er so ein bisschen, hat vier Jahre lang Verantwortung, weiß ich nicht, finde ich schon ein bisschen billig, wie gesagt, auch da wahrscheinlich auch einer, der vielleicht für manche Leute auch ein bisschen zu sehr verteidigt, nehme ich auch so in Kauf, wenn es Leute so sehen, aber Werle ja auch, der hat letzten zwei Transferfenster mitgestaltet, eins dann noch mitgestaltet, wo Missen hat noch mit ihm am Werk war, mit ihm Transfers getätigt hat, die er abgesignet hat, finde ich alles immer ein bisschen arg einfach, er hat auch Veränderungen angekündigt, nach der Saison wird es einige Veränderungen geben, darauf können sie sich verlassen, mal gucken, was das genau heißt, ja, mal gucken, it's more to come, mal schauen, was im Sommer abgeht und sehr interessant auch bald Sponsor, das war so die Hauptaussage aus dem Interview im Sport im Dritten, in den nächsten ein bis zwei Wochen soll es einen neuen Hauptsponsor geben, hat ja noch ein paar Prozente, die man veräußern kann und das soll dann wohl passieren, mal gucken, wie wir uns da ranholen, ich glaube, er hat auch gesagt, dass es quasi, also nicht bekannt, aber wirklich einer mit Geld ist und so, ein bisschen Standing, also ich glaube, das wird es nicht unbedingt, kann natürlich sein, dass es regional ist, aber es ist nicht irgendwie was Kleines, sage ich mal, vielleicht mal gucken, was da kommt, persönlich kein Plan, was man sich da so suchen könnte, wer gerade so interessant wäre für den VfB, aber mal gucken, was da so zusammenkommt. Kommando Cannstatt Statement gab es jetzt auch zu dieser VfB jetzt oder jetzt VfB, ich habe es immer falsch rum im Kopf, Aktion, langere Statement, könnt ihr euch gerne durchlesen, ist ja wie immer alles im Summellink verlinkt, alle Links, die ich hier durchgehe, meine Tabs, die ich hier gerade durchklicke, muss sagen, grundsätzlich gehe ich mit mit dem Statement, finde ich ganz gut, weil ich bin auch der Meinung, dass das jetzt gerade der falsche Zeitpunkt ist und auch die Person dahinter, von dem bisschen, was ich so gelesen habe, auch die Person hinter der Aktion jetzt VfB oder VfB jetzt, auch welche sind, die man vielleicht nicht unbedingt durch so einen Deckmantel oder so eine Hintertür wieder Fuß in den Verein geben will, was ich alles so lesen kann, bekommt man auch generell, das finde ich okay, was manche kritisieren, bekommt man auch ein bisschen zu wenig Richtung Vogt raus aus dem Statement, wirkt schon so, als hätte Vogt noch so ein bisschen sein Standing als Fanpräsident, was ihm ja auch viele mittlerweile abschreiben, ja, aber so ein Statement in Ordnung, kann man so machen. Jetzt der letzte Punkt und mit der interessanteste Punkt, finde ich aus den News, mit dem ich auch so ein bisschen schmunzeln musste, nämlich die Frankfurt-Invasion, die Frankfurt-Invasion. Wir haben am 3. Mai ist es, ne, das Pokalspiel gegen Frankfurt zu Hause und dann hat es auf TikTok breitgemacht, dass die Frankfurter versuchen wieder, ja, an Karten zu kommen beim VfB, auch im Heimbereich, neben dem Gästeblock natürlich, um eben, ja, eine Invasion zu machen beim VfB Stuttgart, äh, habe ich auch so ein bisschen meine Meinung dazu, also vorne ab, es wird keine Invasion von Frankfurt-Fans in Stuttgart geben, wird einfach nicht passieren. Interessant ist, dass der VfB ja noch bis zum 18.04., also bis gestern, konnte man noch eine Mitgliedschaft abschließen beim VfB, um sicher, dann, äh, ja, je nachdem, wann es hochgeladen ist, ne, ich sag mal Donnerstag früh um 10 Uhr, äh, in den, äh, Mitgliederverkauf rein zu können, die, die ganzen neuen Mitglieder auch da mit rein können und da haben scheinbar echt einige, einige Frankfurt-Fans sich, äh, auch Mitgliederaccounts gemacht, also geben uns schön Kohle erstmal, muss ja dann einen Jahresbetrag bezahlen, also viel Spaß dabei, äh, um eben dann im Mitgliederverkauf mit reingehen zu können, um eben an Karten zu kommen in der Nähe vom Gästeblock, ist ja auch ganz klar, ähm, und, ja, Grund, warum es keine gibt, ist, glaube ich, recht einfach. Nummer 1, dieses Stadion hat gerade, wenn es ausverkauft ist, circa 48.000 Plätze, Dauerkarteninhaber sind scheinbar so 27.000, 28.000, glaube ich, ähm, und wie ich schon getan habe, auch am Montag, die Phase ist ja auch schon vorbei mittlerweile, die meisten haben es getan, ähm, die haben schon mal ihre Dauerkarten verlängert, was ich so gelesen habe, haben scheinbar so circa 3.000 ihre Dauerkarte nicht, äh, also verlängert im Sinne von Dauerkartenplätze auch für den Pokal gekauft, ne, ähm, 3.000 haben scheinbar nicht getan, ähm, was, glaube ich, auch eine recht normale, normale Zahl ist, sei es aus, ja, Mittwochabend, zeitlichen Gründen, Geldgründen, anderen Gründen, ist, glaube ich, eine recht normale Quote, dass auch ein paar eben die Karte nicht wahrnehmen für den Pokal, ist ja auch ganz klar, ähm, dazu muss man ja sagen, das heißt, dann haben wir noch, sind wir halt bei, keine Ahnung, 23.000, das heißt, wir sind schon mal nur noch bei 25.000, die da an Karten kommen können, ähm, davon gehen ja auch nochmal, ja, 6.000 weg oder sowas für den Auswärtsblock von Frankfurt, scheinbar, ja, ist auch viel, viel so Twitter-News, viel so Twitter-Geschichten, wo Leute was reingeschrieben haben, irgendwie aus sicherer Quelle und hier und da, also auch alles, ne, ähm, mal richtiger, mal falscher in den meisten Fällen, aber scheinbar kriegen die sowieso schon ein, zwei Blöcke mehr, neben Auswärtsblock, scheinbar DFB und Polizeieentscheidung, das heißt, Frankfurt kriegt eh schon irgendwie 6.000, 7.000 Karten, ähm, das heißt, nach meiner Rechnung haben wir dann eben noch so 24.000, äh, 14.000, sorry, oder wie rechne ich jetzt gerade, ich rechne gerade falsch, 25.000, 7 weg, dann sind wir bei so 18.000, 17.000 Karten so rum, die noch so etwa in den freien, in den Mitgliederverkauf rausgehen, war, dazu kriegst du pro Mitgliederaccount maximal zwei Karten, also ich weiß nicht, wie man sich da eine Frankfurt-Inversion vorstellen kann, durch unsere verrückte Warteschlange da, das wird auch morgen früh wieder richtig toll, also für mich morgen früh, habe ja Karten schon, aber ich schaue noch für, für Kollegen, ob ich an Karten komme, ähm, das wird eh vorgewillt, wenn sich ja Leute da alle bis 10 Uhr einloggen und dann einen random zufälligen Warteschlangenplatz bekommen, warum sollten da auf einmal die 300, 400 mehr Frankfurt-Mitglieder, wenn es überhaupt so viele sind, warum sollten auf einmal die dann da reinkommen und auf einmal die an die Karten kommen, aus allen anderen 1.000, die mit reingehen, plus selbst wenn das so käme, sind es halt 800 Karten mehr, bei einem Stadion von 48.000, also, ne, das ist, ich weiß nicht, wo der Gedanke herkommt, dass Frankfurt hier groß eine Invasion starten kann, scheinbar bekommen es ja ein paar Blöcke mehr, das war auch eine geile Stimmung von Frankfurt, ne, also darum geht es gar nicht, aber dieses Thema Invasion und diese Barcelona-Vergleich und so, es war extrem, extrem geil, das Barcelona anzugucken, da 30.000, 35.000 in Barcelona war richtig geil, aber hier ist, das ist halt schlicht und ergreifend nicht möglich, hier eine Invasion zu haben, ähm, preislich muss man sagen, das ist das Einzige, was ich bisher sehen konnte, in meinem Dauerkartenbereich, also im billigsten Sitzplatzbereich, ähm, den es ja in der Kurve gibt und auch in der Untertürkammerkurve gibt, äh, habe ich 32 Euro gezahlt für meine Karte, was echt fair ist auf den ersten Blick, weil klar, für die Dauerkarte runtergerechnet zahlst du 20 Euro pro Spiel, wenn man das durch 17 teilt, den Dauerkartenpreis, aber 32 Euro pro Karte in dem Bereich zahle ich auch in einem normalen Ligaspiel gegen Frankfurt, sag ich mal, also, mal gucken, wie es auf den restlichen Rängen aussieht, in den restlichen Kategorien aussieht, aber preislich, äh, sieht das auch alles echt in Ordnung aus, dazu, auch hier nochmal, wir sind 77.000 Mitglieder mittlerweile, etwa, wenn dann ein paar hundert Frankfurt neue Mitglieder uns einnehmen, wären wir auch wirklich sehr, sehr, sehr über Schuld dran, bin sehr gespannt, wie viele das morgen früh dann werden, oder euch, für euch wisst das vielleicht schon, ja, wenn ich es hochlade, ähm, wobei es eigentlich echt fast logischer wäre, es noch hochzuladen, bevor das hier passiert, keine Ahnung, ähm, mal gucken, wie es dann aussehen wird, aber an eine Inversion, glaube ich mal, absolut nicht, ähm, natürlich dann viel Glück an alle, vielleicht natürlich jetzt im Nachhinein, vielleicht hattet ihr Glück, in der Warteschlange an Karten zu kommen, weil das wird wieder auch absolut vogelwild, ich freue mich schon morgen früh dann irgendwie in, keine Ahnung, sieben, acht verschiedenen Tabs verschiedene Warteschlangen aufzuhaben und meine Beste ist irgendwo bei 4.000 Leuten vor dir und eine Stunde Wartezeit, das wird eine vogelwilde Nummer, ich bin sehr gespannt, wie es läuft, das Spiel wird wahrscheinlich so dermaßen schnell ausverkauft sein, ähm, aber das zu dem Part, da werde ich auch gerne mal ein bisschen länger, weil sowas, keine Ahnung, kann ich mich leidenschaftlich drüber aufregen, über so ein Quatsch wie Frankfurt-Inversion oder davor ernsthaft Angst zu haben, das wird nicht passieren, aber es wird natürlich auch von der Frankfurter Seite aus, von der VfB-Seite aus, das wird ein extrem, extrem geiler Abend, es wird ein brutal geiler Abend im Halbfinale und wir haben auch definitiv die Möglichkeit, da weiterzukommen ins Finale, was in so einer Saison komplett Wahnsinn wäre, ähm, aber was unsere geschundene Fansäle auch mal verdient hätte wieder nach langer Zeit, deswegen versuch dann Karten zu kommen oder ihr seid schon an Karten gekommen und dann machen wir da ein richtig geiles Fest draus an dem Mittwoch im Halbfinale. Für mich etwas zeitversetzt, für euch überhaupt nicht, ähm, geht es jetzt weiter in den Vorbericht, der FC Augsburg steht an, auswärts, Platz 14 gegen Platz 16, fünf Punkte sind sie noch vor uns, Torwärts ist ziemlich, ziemlich ähnlich, ähm, ja, Augsburg ist halt vor allem auch sehr heimstark oder zumindest kennen wir diese Serien von denen zu Hause, seit der Winterpause da dreimal auch an Abendspielen, alles dreimal, diese 1-0-Siege zu Hause, noch ein 2-1-Siege gegen Bremen an einem Samstagmittag, auswärts Augsburg ist schon eklig, allerdings, es hat ja auch Köln gezeigt vor ein paar Wochen, da geht was, ne, 3-1-Sieg in Augsburg, die lassen sich also vielleicht doch auch das ein oder andere Mal da doch den Schneid abkaufen, auch wenn es ein Heimspiel ist, ähm, bei Augsburg und Stuttgart, äh, werdet auch alles wieder schön im Port Cannstatt, auch ganz klar, ganz klare Hörempfehlung, mein Einspieler zum, ja, Statistiken und Zahlen nach dem Dortmund-Spiel und Statistiken und Zahlen vor dem Augsburg-Spiel, gerne reinhören, kommt ja dann donnerstags immer um 16 Uhr, gerne reinhören, ähm, Augsburg mit Berisha, ein Stürmer, der an 24,3 Prozent und mit, ähm, Demiowitsch, ein Stürmer, der an 18,9 Prozent der Tore bei Augsburg beteiligt ist und bei uns, Gerasi, obwohl er ja lange verletzt war, ist an 20 Prozent unserer Tore beteiligt, also Vereine, beide Vereine, die sehr, sehr auf ihre Stürmer angewiesen sind, ähm, noch das nächste, was auch die meisten mitbekommen haben, glaube ich, war das geil gepostet, Augsburg, die Mannschaft, die am meisten Punkte nach Führung verspielt, 21 Punkte nun schon an der Zahl, wir auch gut dabei, auf Platz 4, mit 14 Punkten, die wir verspielt haben, ähm, das Gute daran ist, oder was heißt das Gute daran ist, also, heißt im Umkehrschluss, wer führt, ist fast im Nachteil in der Partie, ähm, das Gute für uns ist, dass Augsburg nach Rückstand nur zwei Punkte geholt hat bisher, wir haben sogar ganze neun Punkte schon geholt, nach Rückstand sind ja recht gut dabei, im Bundesliga-Vergleich auch, ähm, von, auch interessant immer Torverteilung nach Minuten, und, äh, da müssen wir aufpassen, weil Augsburg trifft sehr, sehr gerne in der Anfangsviertelstunde und auch in den 15 Minuten nach Wiederanpfiff, da müssen wir aufpassen, weil da kassieren wir dann im Gegenteil dann dazu auch wieder gerne unsere Tore in der Anfangsphase oder eben auch direkt nach der Halbzeit, da müssen wir wach sein und, äh, gefragt sein, dafür treffen wir natürlich sehr, sehr gerne spät und halt eben auch richtig spät, ne, diese ganzen Crunch-Time-Tore, vier, diese 92., 97., 98., die ganzen Tore, da kassiert Augsburg auch gerne, die haben schon fünf Hütten kassiert in 90 plus, wir haben schon vier Tore erzielt in 90 plus, Augsburg muss man sagen, die fangen sich halt wirklich über gesamte, jegliche Spielphasen ähnlich wie die Tore, ne, 8, 9, 9, 7, 9, 7, 5, wenn man mal die 15-Minuten-Takte durchgeht, das ist schon sehr, sehr ausgeglichen, aber wir müssen aufpassen auf diese, ähm, ja, Viertelstunden, äh, nach Anpfiff und auch nach Wiederanpfiff, wie gesagt, da gerne nochmal genauer reinhören, sind noch ein paar mehr Fakten, werden auch nicht alles vorwegnehmen, ähm, was ich so raussuche, äh, für den Statistik-Part, Einspieler-Part für den Port Cannstatt, ähm, auch ganz klar, Augsburg, ist ziemlich eklig, ziemlich, ziemlich eklig, ähm, ich glaube sogar von Statistik her die unfairste Mannschaft der Liga, also der Fairness-Tabelle her, mit gelben Karten, gelb-rot, rote Karten, sagt auch Hoeneß, FCA hat eine klare Idee, sie versuchen über die Mann-Deckung sofort Druck zu entwickeln, sie sind aggressiv, unangenehm, insbesondere zu Hause, es wird körperlich, es wird wehtun, wenn du mental, also auch körperlich vorbereitet bist, hast du Chancen, wir brauchen Mut, wir müssen immer online sein, das ist so ein bisschen Nico Willig-Voice, äh, und eine hohe Bereitschaft an den Tag legen, das ist auch sowieso ganz klar, ähm, und der Mann, ja, hat auf jeden Fall Bock, ich habe auch Bock, bin ja vor Ort, ähm, in Augsburg, schön im Sitzbereich im Augsburg, ich habe auf jeden Fall Bock drauf, und wir schauen mal, was wir, ja, in der Aufstellung uns überlegen könnten für dieses Spiel, ähm, einige Artikel gab es wieder zum Thema Viererkette, ob die zurückkehrt, weil Mafropanus ja jetzt fehlt mit der Gelb-Rotsperre, und wir auch eine Viererkette gespielt haben dann, ähm, ein 4-4-1, hat ja einer gefehlt, ne, sonst gibt's auch ein 4-4-1-1, aber hat ein Spieler gefehlt auf dem Platz, ähm, und, ja, da hat er wohl eine Viererkette spielen lassen, ich tippe trotzdem mal, dass wir wieder mit einer Dreierkette beginnen, ähm, Borna Sosa hat ja einen Infekt gehabt, äh, hat am Montagglauben nicht mittrainiert, hat das wieder voll mittrainiert, also stand heute, also stand von der Pressekonferenz am Mittwochmittag, sind alle Mann an Bord, Ito war ja auch so ein bisschen ein Fragezeichen mit dem Infekt raus gewesen gegen, ähm, Dortmund, von dem her kann man mehr oder minder einfach, ne, never change a winning team machen, mehr oder minder, einfach genau das Gleiche nochmal aufstellen, und mach ich auch, ne, nur mit dem Unterschied, dass du halt dann Zagadou drin hast, oder, ja, Ito da drin hast, wenn man vor Panos eher, aber dann auch Zagadou seinen Platz in der Infektion behält, natürlich, die Gefahr natürlich, weshalb man vielleicht auf die Viererkette geht, ist, dass du halt dann wirklich defensiv oder in der Innenverteidigung quasi nichts mehr auf der Bank hast, mein klar, du kannst einen Stenzel aufstellen, das ist schon grundsätzlich möglich, aber das wäre, glaube ich, auch die einzige richtige Erklärung, wenn du eine Viererkette spielst, weil du halt nur zwei Innenverteidiger brauchst, von Beginn an, und nicht alle drei quasi, die richtig fit sind und auch Stamm spielen sollten normalerweise, aber trotzdem, Bredlo, deine Dreierkette, Ito links, Mitte, Zagadou rechts, Anton, tippe ich mal, dann davor wieder Sosa, Karasso, Endo, Wagnoman, vorne dann Führig, Mio und Gerasi, seht ihr auch generell nicht allzu viele Änderungen, was natürlich auch machen könntest, wären dann Karasso wieder in die Innenverteidigung reinzuziehen, hast im Mittelfeld vielleicht die Chance, einem Nartei oder wem auch immer, einem Haraguchi oder sowas, mir eine Chance zu geben, aber ich glaube, wir werden nicht so viele Änderungen sehen und den Spruch gibt es ja auch nicht umsonst, ne, never change a winning team, den Spruch gibt es nicht unbedingt umsonst. Gehen wir zum Prognose über, ähm, es ist immer leicht, das zu sagen und wird auch manchmal unfair den Schiris gegenüber, aber wirklich jede Woche aufs Neue guckst du auf die Ansetzungen, vor allem auf Twitter, Schiedsrichteransetzungen in der Account und denkst dir, ja, was soll denn das jetzt wieder, so haben Osmos, war genau das gleiche gegen Dortmund, jetzt wieder Christian Dingert, Christian Dingert, das war auch der Kollege, der da das Kimmich voll abgefiffen hat in München, ne, diese absolute Lachplatte da, ja, weiß ich nicht, aber gut, gibt in wenig, in den seltensten Fällen wirklich, äh, Grund zur Freude, wenn man auf eine Schiedsrichteransetzung guckt, ähm, mal gucken, was er abliefert, ähm, Hoeneß, wie vorhin schon gesagt auch, äh, er freut sich drauf, ich freu mich drauf, es wird ein heißer Tanz, am Freitagabend, wir werden vorbereitet sein, ähm, ich hab auch sehr, sehr Bock drauf, ausverkaufte Hütte, auch wieder viele Karten weg im Neutralenblock, die an VfB-Fenst gegangen sein werden, wird eine geile Kulisse, geile Stimmung und wenn man auch euphorisch mal dabei ist, weil das können wir ja sein gerade, die Stimmung nochmal doppelt und dreifach geil natürlich, ähm, gegen Augsburg, insgesamt außerglichen, in den, ja, Augsburg-Stuttgart, also Heimrecht Augsburg spielen, sieben Siege für uns, acht für Augsburg, nur einen Unschieden, also wir können vermutlich mit, äh, ja, einer Partie rechnen, die einen Sieger vom Platz trägt, sag ich mal, ähm, muss ja auch sagen, wie gesagt, ich war schon ein paar Mal in Augsburg, jetzt das fünfte Mal dann, das letzte Mal letzte Saison, wo wir 4-1 verloren haben, dann hatten wir einen 4-1-Sieg in Augsburg, da war aber leider Lockdown, da war keiner im Stadion, davor beim 6-0 war ich in Augsburg, davor war ich beim 0-1 in Augsburg, wo wir gewonnen haben, erster Sieg unter Korkut damals, und dann war ich auch davor, ähm, beim 1-0-Niederlage in Augsburg 2016, als wir, ja, in der Rückrunde dann auch abgestiegen sind in die zweite Liga, das erste Mal dann seit den 70ern wieder, ähm, das heißt, ich war echt bis auf Lockdown in den ganzen letzten Spielen am Stück dabei, ist auch wild, aber es ist halt eine nahe Auswärtsfahrt, Stadion müssen wir, glaube ich, nicht viel groß reden, ist nicht das Schönste, so ein bisschen Baumarkt-mäßig oder so, aber, ey, du fährst da hin, kannst das auswärts, von Auswärtsfans her auch immer recht leicht zum Heimspiel machen, natürlich auch, wenn das Spiel mitspielt, bei einem 6-0-Niederlage machst du nichts mehr zum Heimspiel, mein Auswärtsblock ist auch ganz klar, ähm, aber ich brauche eine kleine Kehrtwende, ne, ich war viermal vor Ort, dreimal verloren, zweimal richtig deftig verloren und, äh, einmal gewonnen, wir brauchen eine Kehrtwende da auch für mich, äh, auswärts in Augsburg und ich glaube da auch dran, weil, ich glaube, wir sind jetzt auch wirklich mal mentalitätsmäßig da, vom Kopf her da, ich glaube, höhnstens einer, der auch die Mannschaft da, ja, einfach in ihrem Bereich hält, der die Mannschaft runterbekommt, dass sie jetzt auch nicht abheben nach so ein paar Spielen, auch nach dem wilden 3-3 gegen BVB nicht, die Hoffnung ist durchaus da, Augsburg ist jetzt nicht am Schwächeln, die bleiben für mich auch weiterhin drin, die haben noch Bochum-Aussetz und so Geschichten, jetzt schon 29 Punkte, aber natürlich, wenn du gewinnst, bist du nur noch auf zwei Punkte in Augsburg dran und ziehst hier nochmal richtig mit unten rein, ne, haben auch nicht das einfachste Restprogramm Augsburg, also das wäre extrem wichtig auch für den Abstiegshampf gesamt, ist immer besser, wenn du da unten halt fünf verschiedene Teams hast, die irgendwie absteigen könnten, als nur drei, ist ja auch ganz logisch, ich habe auf jeden Fall Hoffnung da drin, wir gehen vermutlich eh mit dem Sieger auf den Platz, wenn wir die Statistiken lesen, ich kann mir echt auch wieder so Last-Minute oder so ein dramatisches Spiel vorstellen, geben mir auch die Verteilung in der Tore von in den Minuten her und so Geschichten, man muss physisch da sein, ne, Augsburg ist ja sehr rustikal manchmal unterwegs, aber das waren wir auch, wir waren physisch da, wir waren in Bochum da, wir waren in Nürnberg da, wir waren gegen BVB da, gegen BVB wurde man auch öfter gefoult, als wir den BVB gefoult haben, also wir waren wirklich komplett da, von dem her mache ich mir da wirklich Hoffnungen, wenn du auswärts hinfährst, willst du natürlich auch doppelt und dreifach gewinnen, ist ja auch ganz klar, von dem her tippe ich da mal auf ein schönes 1 zu 2 in Auswärtssieg, von mir ist auch ein 1 zu 3, aber ich bleibe mal mal 1 zu 2, so ein Standardtipp, in Augsburg, ein Punkt haben wir noch oder zwei haben wir noch zum Augsburg-Spiel, nehme ich das Thema, wie kommst du denn da hin, wie kommst du hin, ich würde gerne aus Ansbach mit der Bahn da hinfahren, dann kam das Thema Streik auf, jetzt müssen wir auch näheres, Freitag gibt es wieder einen Streik, wieder ja eigentlich durch Gesamtdeutschland, aber limitiert, also eigentlich nur so morgens, mittagsmäßig, Fernverkehr am Freitag von 3 Uhr bis 13 Uhr einstellen, Regionalverkehr falle vormittags weitgehend aus, das heißt, jetzt beispielsweise eine Bahn irgendwann um 15 Uhr, 15.30 Uhr könnte vielleicht funktionieren, natürlich kann auch sowas noch Auswirkungen haben bis in den Nachmittag hinein, aber auch an alle anderen, die mit der Bahn fahren, klingt zumindest so, als würde es nicht bis irgendwie abends um 8 Uhr gehen oder quasi genau in die Zeit rein, wo man vielleicht mit der Bahn da hinfährt, ist ja nicht soweit nach Augsburg, aber mal gucken, muss wahrscheinlich dann tagesabhängig gucken, ob man da schon was absehen kann, inwieweit sich das in den Nachmittag reinträgt, aber ich hoffe mal, sonst hätte ich auch irgendwelche Optionen noch irgendwie mit dem Auto hinzukommen, aber ich hoffe mal, dass es da funktioniert, dann irgendwann mittags um 3, 4 da hinzufahren mit der Bahn, wenn eben hier offiziell nur von 3 Uhr bis 13 Uhr geht und ich glaube auch nicht jeder Regio wieder zum Beispiel, falls man Regio fährt, was ich tun würde, jeder Regio betroffen ist und so Geschichten, es wird ja völlig durcheinander, aber auf jeden Fall waren das keine guten News mit dem Bahnstreik, der jetzt hier einfach out of nowhere kam auf einmal, aber wenn wir wirklich nur von 3 bis 13 Uhr machen, dann sollen es erst mal machen und hoffentlich reicht es dann doch noch bis zum Spiel, irgendwie kommt man da schon hin und letzter Punkt noch zum Vorberichtsteil, dann noch das Restprogramm, aber weil ich auch den Tweet gesehen habe, wo es einer gepostet hat, ich glaube von Fußballdaten genau, wir haben tatsächlich nach den Bayern rein gemessen am durchschnittlichen gegnerischen Tabellen, das einfachste Restprogramm, Bayern spielen noch gegen durchschnittlich 11,7 Platz und wir 11,5 Platz, wie bei uns auch die Hertha, 10,7 Platz, das heißt wir beide, wie ich auch schon oft angesprochen habe, haben es noch mit am meisten in der eigenen Hand, Bochum hat auch 9,8, 8er Platz die Gegner, Augsburg echt noch haftig, oder haftig, echt noch happig wollte ich eigentlich sagen, mit 8,8, Schalke, das schwerste Restprogramm, 6,2er Platz im Spiel, ist schon ziemlich, ziemlich brutal, von dem ja durchaus einen Vorteil in unserem Termin im Restprogramm, weil muss man ja auch dazu sagen, ohne auch hier wieder in einer Führerie ausbrechen zu wollen, ich habe es ja auch glaube ich in den Stichpunkten angesprochen gehabt, aber ey, du kannst dir halt wirklich mit 4 Siegen am Stück die Saison komplett umdrehen, ist natürlich völlig absurd, von 4 Siegen am Stück zu sprechen beim VfB, aber es ist ja kein Ding von, ey, wenn du die 4 gewinnst, dann könntest du, sondern du könntest diese 4 Spiele wirklich auch gewinnen, Augsburg auswärts ist definitiv alles drin, ich erhoffe mir da wirklich auch einen Sieg, ich habe ein gutes Gefühl, auch wenn Augsburg natürlich zu Hause immer eklig ist, oder für uns dann auswärts immer eklig ist, danach zu Hause Gladbach, haben wir auch eine sehr gute Bilanz gegen Gladbach zu Hause und die spielen auch eine komische Saison, danach Pokal zu Hause, ist eh alles möglich, natürlich fällt auch der Liga raus, aber da wird Euphorie da sein, da wird Stimmung da sein, es wird ein absolutes Brett, dieses Heimspiel gegen Frankfurt im Pokal, flutlicht alles und danach in derselben Woche vom Pokal spielst du außer 2 der Hertha, musst du gucken, wie da ein neuer Trainer-Effekt sitzt, aber ey, das sind da wirklich nicht komplett unrealistisch, 4 Siege am Stück drin und dann kannst du natürlich hier einiges, lösen, vor allem wenn du jetzt 9 Punkte holst, dann stehst du ja aktuell dann auf 33, in Summe, also dann bist du ja auch gefühlt schon raus, weil danach kommt ein bisschen Schwierigeres, kommt hier Mainz, dann hast du Leverkusen noch und dann ist er glaube ich auch schon vorbei, dann hast du noch Hoffenheim zu Hause, die du auch noch schlagen musst zu Hause, also das Restprogramm gibt uns schon durchaus weitere Hoffnungen oder weiteren Beleg dafür, dass wir hoffen dürfen, ich habe Bock auf Augsburg, wahrscheinlich auch viele von euch mit dabei in Augsburg, ist ja mitten wieder mit einer der nächsten Auswärtsfahrten, Freitagabendspiel, machen wir den ihren komischen Freitagabend-Rekord kaputt und ziehen Augsburg unten mit rein, das wäre es doch. Und zum Schluss noch die Spieltagstipps, auch in ein bisschen abgespeckterer Version, sag ich mal, ein Spieltag, den wir eröffnen in Augsburg und natürlich Blick auf die Abschiedskandidaten, ist ja auch ganz klar, wisst ihr ja, Hoffenheim zu Hause gegen Köln, Bochum gegen Wolfsburg zu Hause, Hertha auch Heimspiel gegen Bremen und nur Schalke auch noch ein Auswärtsspiel in Freiburg, sonst viele Heimspiele für die Konkurrenz da unten. Wir schauen natürlich nicht mehr auf unser Spiel, haben wir gerade schon durchgegangen und schon durchgetippt mit dem 1-2, dann schauen wir auf Hoffenheim gegen Köln. Hoffenheim, ja, nicht unbedingt so heimstark, 15. Platz in der Heimtabelle, Köln, ja, 12. in der Austrittabelle, auch nicht so stark, Köln eh so ein bisschen Wundertüten-mäßig in Augsburg zumindest gewonnen, also die halten sich auch dann doch noch raus aus dem Abstiegskampf, aus dem engeren Strudel, haben jetzt in Hoffenheim zuletzt nicht wirklich viel Land gesehen, die Kölner, 5-0 letzte Saison, 3-0 davor, dann ein 3-1 davor, 2-20, insgesamt auch ein paar Siege mehr für Hoffenheim in einem Heimspiel gegen Köln, also da würde ich auch vom Gefühl her und von der Statistik her eher auf Hoffenheim gehen. Dann sind wir bei VfL Bochum gegen VfL Wolfsburg, das VfL-Duell, da muss man sagen, natürlich Bochum deutlich heimstarker als auswärts, Platz 12 in der Heimtabelle, Wolfsburg aber auswärts richtig stark, vierter Platz in der Austrittabelle, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, Bilanz ist hier auch, ja, tatsächlich für Bochum gar nicht mal so schlecht, also insgesamt haben die hier halt wirklich in den Heimspielen 10 Siege Bochum, dreimal Unentschieden und nur zwei Siege Wolfsburg, muss halt dazu sagen, auch wenn man hier mal reinguckt, weil Bochum natürlich lange weg war aus der ersten Liga, die hatten einen 1-0 Sieg letzte Saison zu Hause gegen Wolfsburg und das letzte Spiel von Bochum gegen Wolfsburg zu Hause war halt 2009, also damals war auch Wolfsburg noch was anderes und Bochum vielleicht ein bisschen was anderes, trotzdem, ich rechne da Bochum was zu, haben wir auch bei Union gepunktet, sind heimstark generell, bis zum Sieg reicht es aber, dann glaube ich nicht, statistisch gibt es auch eher einen Wolfsburg-Sieg her, so schlecht sind die ja auch nicht dabei in der Liga, darf man ja auch nicht vergessen, neunter Platz, die irgendwie underrate ich irgendwie eh chronisch und denke irgendwie gefühlt, die wären irgendwo im Mittelfeld, aber die haben echt auch noch ein bisschen Hoffnung auf europäische Plätze, deswegen, ja, statistisch gibt es glaube ich am ehesten Unschieden, wenn nicht eher sogar den Wolfsburg-Sieg her, dann haben wir Hertha gegen Bremen, da natürlich sehr interessant, neuer Trainer-Effekt, kommt er oder kommt er nicht, kann Pal Dardai die Hertha noch retten, mein Gefühl sagt gerade, dass es eher schwierig wird, die Hertha noch zu retten, so ganz generell gesagt, einfach weil sie auch langsam irgendwie mal fällig wären, so gar nicht, weil ich will, dass die absteigen, will ich eigentlich gar nicht, aber irgendwie vom Gefühl her sind die schon langsam mal fällig, ich kenne es ja von uns auch, vom VfB, von Schalke, von Hamburg, irgendwann bist du halt mal fällig und bei der Hertha kommt die Rettung von Dardai vielleicht zu spät, aber vielleicht kommt er auch den neuen Trainer-Effekt, kann ja alles sein, bei uns hat ja auch glaube ich kein Mensch noch an irgendwas geglaubt, dass wir da auf Platz 18 waren, dann kommt ein neuer Trainer, von einmal ist hier Euphorie im Haus, dass ich hier irgendwie auf vier Sieger am Stück hoffe, ne, statistisch ist das zu Hause ganz okay für Hertha, also recht ausgeglichen, auch sehr, sehr viele Unentschieden tatsächlich, viele 1-1, 2-2, dann immer wieder so ein bisschen abwechselnd mal ein Sieg zu Hause für die Hertha, mal ein Auswärtssieg für Bremen, sehr, sehr enges Duell, Hertha Heimtabelle 14, da Bremen aussetzt auch echt nicht verkehrt in der Platz 10, deswegen statistisch ist das glaube ich echt eine recht ausgeglichene Nummer, und das wäre halt ein Punkt, der Bremen mehr hilft als der Hertha natürlich, aber statistisch würde ich hier eher Richtung Punkt gehen, vermutlich für die Hertha, außer natürlich der Neutrenner-Effekt haut da komplett rein, dann ein Spiel, das für uns, wie gesagt, auch Schalke darf gerne drinbleiben, solange wir es halt auch tun, das für uns hoffentlich recht klar sein sollte, ich meine, die Hertha hat auch schon einen Punkt geholt in Freiburg, wir waren auch sehr nah dran, haben halt noch unglücklich das Ding verloren, Schalke muss am Sonntagmittag nach Freiburg, ja, ich meine, Freiburg Heimtabelle 5, Schalke aus der Tabelle 15, jetzt wieder den, wichtigen Sieg gegen die Hertha gefeiert, aber natürlich Schalke generell ein brutales Endprogramm, ein brutal schweres Restprogramm, haben wir ja vorhin schon gesagt, wirken auch so mehr oder minder als der Verein, den, glaube ich, die meisten gerade Richtung Abstieg tippen würden, auch einfach wegen dem Restprogramm, in Freiburgs, ja, sahen sie zuletzt auch nicht so viel Land, so ein paar Siege gab es natürlich, weil du auch da wieder recht schnell dann irgendwann in 2010 und 2012 und sowas bist, wo die Verhältnisse nochmal anders waren, da wo Schalke ein richtiges Top-Team war in der Bundesliga, aber letzten beiden Jahre, letzten drei Jahre, 1-0 Freiburg, 4-0 Freiburg, 4-0 Freiburg, also hier kann man, glaube ich, schon statistisch und auch natürlich für unsere Hoffnung für den Spieltag, für den Abstiegskampf, unsere Hoffnung, schon Richtung Sieg für Freiburg gehen, da tippen wir natürlich auch nochmal richtig durch, auch die Spiele, wo ich jetzt nicht irgendwie nochmal genauer drauf geschaut habe, statistisch oder wie auch immer, bilanzmäßig, tabellemäßig, meint sie in die Bayern, jetzt hier frisch nach dem Champions League aus von den Bayern, was ja auch nicht unerwartet war, so rum im Rückspiel, weil ja klar das Ding eigentlich gelaufen ist, Mainz hat irgendwie auch schon, also vom Gefühl her, ist Mainz eine Mannschaft, die gerne mal die Bayern ärgert und gerade zu Hause, Mainz eigentlich auch gerade wirklich gut unterwegs, deswegen, ey, 3-1 Mainz, sehr ehrlich wie es ist, ein bisschen riskanter Tipp, 3-1 Mainz zu Hause gegen die Bayern, Hoffenheim zu Hause gegen Köln, gerade schon gesagt, geht für mich eher Richtung Hoffenheim, 2-1 Hoffenheim-Sieg, Bochum-Wolzburg, ja, auch wenn da irgendwie Bochum auch was machen könnte, Wolfsburg könnte das Ding auch holen, wegen einer guten Auswärtsbilanz, aber ich habe da mal ganz, ganz langweilig irgendwie auch das Ausbauchgefühl auch von 0-0 getippt, was natürlich auch Bochum nicht so viel hilft, aber gegen Wolfsburg auch in irgendeiner Form mehr oder minder Bonuspunkte wären, Hertha, wie es hier in der Statistik irgendwie auch mir vier, fünf Mal ins Gesicht geflogen ist, also aus den letzten Jahren gehe ich auf ein 1-1 zu Hause gegen Bremen, was denen halt auch nicht groß viel hilft, so, wie sagt man so schön, zu wenig zum Leben, zu viel zum Sterben, oder ich glaube andersrum sagt man den Spruch, Dortmund-Frankfurt, irgendwie glaube ich, dass Dortmund jetzt ein bisschen, ein bisschen angeknackst ist durch das 3-3, natürlich kann es sein, dass jetzt auch das nach hinten entwickelt und sie irgendwie da generell in dieser Larifari-Phase bleiben, Frankfurt gerade eh irgendwie komisch drauf, die verlieren irgendwie gerade komplett den Anschluss an die europäischen Plätze, klar, gegen Gladbach waren sie eigentlich besser, hätten sie einen Sieg verdient gehabt, aber haben sie halt nicht geholt, irgendwie, mein Gefühl sagt, mit Dortmund macht das zu Hause 3-0 Heimsieg für Dortmund, wo Mütze auch, kleiner Spoiler für die Endtabelle, an den Bayern vorbei wären mit einem Punkt, sollten die wirklich in Mainz verlieren, dann brennt der Baum ja noch mehr, als es eh schon tut in München, Freiburg 1-0 gegen Schalke zu Hause, kann auch höher sein, ist mir recht fürs Torverhältnis, aber so ein dreckiges 1-0 gegen den Abstiegskandidaten, wäre auch so ein typisches Freiburg-Ding, Leverkusen, tepig auf ein 3-1 gegen Leipzig, sind gerade gut in Form, wären damit auch sehr nah an Leipzig ran dann wieder und würden sich dann auch ihren Spot, ja, für die europäischen Plätze dann mittlerweile ein bisschen behaupten und Gladbach-Union, komisches Spiel, Gladbach auch komisch drauf, Union ist so ein Team, das auch mal eklig gewinnt, 0-1-Union, ich habe es irgendwie im Bauchgefühl, dass die da richtig eklig wieder ihre Punkte einfahren werden und wie schon gesagt, Dortmund wäre damit auf Platz 1, 60 Punkte, Bayern 59, das war natürlich der Abstiegskampf, Hertha wäre ganz unten mit 23, Schalke 24 Punkte, wir hätten 27, Bochum hätte 28, also wir wären auf 16, Bochum auf 15, hätte 28, Augsburg 29 und Köln-Hoffenheim mit 32 Punkten weg, Bremen 33 auch, wäre kein schlechter Spieltag, ist ja klar, wenn wir gewinnen würden, wäre es kein schlechter Spieltag, die nächsten Wochen, wie schon gesagt, werden sehr, sehr wichtig, lasst mir gerne eure Tipps in den Kommentaren da oder eure Gefühle für den Spieltag, natürlich auch alles zu allem davor, zu den VfB-News, zum VfB-Vorberichten, langes Ding wahrscheinlich wieder oder zumindest drei Formate in einem, ist ja schon grundsätzlich dadurch einfach ein langes Ding hier geworden, hoffe euch hat es trotzdem gefallen, gerne den Like und das kostenlose Abo da lassen, falls ihr noch nicht getan habt, sind es sehr, sehr kurz vor den 7000, wäre natürlich geil, wenn wir hier so rundherum, so ein, zwei Tage rund um meinen Geburtstag nochmal knacken könnten, wäre es sehr, sehr geile Aktion, so ein verspätetes Geburtstagsgeschenk fast, dann würde ich sagen, es geht nach Augsburg am Freitagabend, ich habe Bock drauf, ich kriege den Vlog, ist ja auch ganz klar, dann irgendwann, ja, Freitagnacht wahrscheinlich halt noch, Freitag auf Samstagnacht, irgendwann, wenn ich wieder zurück bin, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020